So. Also auch diese Schlacht wird gespielt. Das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr kriegerische Phase. Und was ihr auch seht, es funktioniert sehr, sehr gut. Die Taktik, die ich mir zurechtgelegt habe, also einfach Schwerpunkt, Leichtinfanterie und den Reichweitevorteil von 20 Punkten ausnutzen. Man kann die Gegner, vor allem die Franzosen, die darauf nur schwer reagieren können, recht einfach zusammenschießen. Vor allem die KI. Aber das Problem ist, wie gesagt, auch, wie ich schon sagte, auch im Multiplayer-Modus ist das so, mit Kavallerie und anderen Einheiten kann man auch Leichtinfanterie nur sehr schwer schlagen. Vor allem, wenn es sowas wie Konter-Kavallerie gibt, die man dann auf die, also Lanzenreiter zum Beispiel. Lanzenreiter plus Leichtinfanterie ist eine sehr gute Kombination im Multiplayer-Modus. Lanzenreiter können sich um die Kavallerie kümmern und Leichtinfanterie tut das, was sie tut. Und, äh, ja, gut. Aber jetzt haben wir erstmal die Franzosen als Gegner. Und, äh, die verschanzen sich in der Stadt. Es regnet erneut. Aber so heftig sind die Auswirkungen von Regen nun auch wieder nicht, dass ich sagen würde, oh mein Gott. Und es ist schön flaches Territorium in Stuttgart. Alles halb so schlimm. Wir haben wieder unsere Artillerie. Die in Preußen oder für Preußen allerdings nicht so zentral ist wie die Artillerie etwa für die Franzosen oder auch für die Briten. Oder für die Russen. So. Die Kollegen kommen hier in die Flanke, wo der Wald beginnt. Und unsere Kavallerie kommt ebenfalls komplett hier. Los geht's. Ups. Nein, könnte auch schon bravieren. Ja, bitte. Und unsere Verstärkung kommt woher? Von hinten links. Jäger. Ihr könnt einmal jähen. Da ist eine Artillerie, der Feinde. So. Unsere berittene Artillerie. Der Feind hat gar keine Kavallerie. So, dass wir die Jungs mal entpotzen jetzt. Oder abpotzen. Und könnten die auch schon mit Kalitschen erfolgreich sein auf dieser Entfernung. Das noch nicht. Aber mit Kugeln. Dann schieß doch mal mit Kugeln. So. Dankeschön. Reicht. Los geht's. Auf die zu schießen. Auch keine schlechte Idee. Wafflante Bürger. Die werden auch gleich das erste Mal von uns. Jawohl. Eine Salve abbekommen. Und hier oben geht's auch schon los. Die Feinde sind sehr wagemütig. Aber jetzt noch die stärkeren Truppen, die wir für sie gehen. Aber die sind auch schon wieder zu... Ja. 60% weg. Ach, zu 40% weg. Oder 60 Mann sind weg. Und da machen wir uns auch schon ab. Ja. Das geht immer richtig fix. Ja. 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 Hier schicke ich mal unsere leichte Kavallerie. Ins Gefecht. Die werden schon wieder nicht einsetzen, wo es hier ist. Ja, Sir. Kavallerie zu befehlen. Kavallerie. Befehle mir. Ihr müsst mal ran. Ihr müsst unseren Freunden da oben helfen. Und die Arte-Familie darf auch mal mitschießen. Hier in die Richtung. Allein schon wegen des Moraleffekts. Da ist jetzt Linien für die Tiere. Die kann man zum Beispiel hier, wenn man da hinschießt, gezielt auf den Boden, müsste man die gut plätten können. Aber die klingen auch gleich so. Die zeifeln uns einfach in die Arte ganz genau. Aber die Kanonbubeln setzen die auch in Panik. Deswegen ist das nicht schlecht. Unsere Kavallerie hat seine Adlerie geschlagen. Und geht weiter auf seine beruhigten Bürger. Und Tschüss. Ja, das ist auch eindeutig. Die Franzosen haben ihre großen Armeen und ihre großen Einheiten, ihre guten Einheiten vor allem, schon verloren. Das merkt man doch jetzt sehr stark. Die werden immer schwächer. Die Schützen, die schlesischen, zumal, sind jetzt sehr, sehr gut. Ja. Da bleibt... Kein Stein auf dem anderen. Feuer. Boah. Jetzt ist die Arme. Kommt gut. Da bleibt fast nichts für mich. Hier sind die Franzosen ebenfalls bereits weit zurückgeschlagen. Hier oben haben wir ein paar Verluste. Das macht aber nichts. Die Franzosen, guck ich mal den Leichenberg an, was die an Verlusten haben. Vielleicht dazu. Wir. Da ist nichts viel tot. Wir. Das war's für heute. 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 So, und jetzt kommt... eine wichtige Sache. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Und du kannst... Das war's für heute... In Berlin... Und... Armeen, Für... Das war's für heute... Dankeschön... So... Dann ist... Dann... Das war's für heute... Das war's für heute... Das war's für heute... Das war's für heute... Das war's für heute...